Plan C, yeah! Ich brauch'n Plan C. Plan C ist so geil! Plan C? Ja! Da werde ich mal kurz gucken. Da ist er. Ich geb's ihn jetzt beim tanken auf. In unseren Rolls Rolls. 100 Liter Tank. Willkommen bei Plan C. Wir sind heute an der Radbolethalsperre und wollen mal über diese Hängebrücke mal gucken was da abgeht. Wir sind hier auf der anderen Seite von der Soundröhre. Ja, genau. Und haben schon keinen Parkplatz mehr gekriegt, weil der hier so rappevoll ist. Oh, jetzt scheint er wieder auf zu sein. Da muss er reingehen. Schauen wir mal. Ja, schlechte Neuigkeiten. Es ist auf dem Sonntag so voll hier. Die Brücke kostet 6 Euro. Das wäre nicht das Schlimme. Aber ich stehe mich jetzt nicht eine Stunde hier in die Hitze hin und warte bis ich einmal über diese Brücke laufen kann für 6 Euro. Also da mache ich das Video ein andermal und wir kommen da nochmal her. Machen wir jetzt einfach mal so ein, keine Ahnung, Kackelvideo. Hier sind ein paar schöne Motorräder. Sieht immer geil aus. Mit den Schwanen halt vorne. Aber ob die auch so fahren? Ich weiß nicht. Mein Teil ist das. Also da würde ich lieber die nehmen hier. Oder die hier. Oder die? Ich nehme die schwarze hier. Die kommt mir sogar bekannt vor. Vielleicht kenne ich den sogar. Mit den Flammen, das sagt mir irgendwas. Oh, wo sind sie denn jetzt hin? Ich habe gerade was am Wegesrand entdeckt. Das ist hier so ein Werbeschild direkt am Parkplatz. Und da wird mal so eine unserer nächsten Reisen hingehen. Harzabweikerschmiede. Sehr schön. Mit dem größten Motorrad der Welt. Nicht schlecht. Und du siehst jetzt mehr, ja? Ja. Kann ich sehen. Ja? Ja. Schreien sind wir noch. Ja, bis dahin sind ganz in die Spitze wandern. Siehst du, wo das komische Ding da ist, das Gelbe? Oder Grün, Grün-Gelbe da. Da bis dahin. Fliegen dann so richtig über das Wasser drüber? Ja. Machen wir ein Foto. Ja, wir sind heute nochmal am Blauen See. Weil meine Frau war noch nicht hier. Wir waren zwar gestern schon hier, aber egal. Das Wetter wird so langsam schlechter. Deswegen habe ich gesagt, lass uns mal noch am Blauen See fahren. Aber vielleicht können wir noch mal reinhüppen. Und jetzt fragt mich nicht, warum der Blauen See ist, wenn er doch eigentlich grün ist. Ich kann es euch nicht sagen. Mutig. Mutig. Ich bin kein Schuchze. Ich bin schon. Mach das. Ich bin schon. Ich bin schon. Das ist jetzt auch ein bisschen. Es ist einfach gut. Ich bin schon. Da habe ich richtig, ganz gut. Es ist einfach so. Ich habe einen geschnuckst. Ich habe einen geschnuckst. Ich habe einen geschnuckst. Ich habe einen Besuch und einen Besuch. Baby watch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020